Herzlich Willkommen meine Lieben zu einer weiteren Folge. Ich bin schon wieder allein mit Chris und Walt und es gefällt mir nicht. Ach, vor gradem hast du noch gesagt, es gefällt, ja. Ja, ja, kaum läuft die Kamera, weißt du, kaum Big Brother und schon. Ja, ja, ja. Was hast du da eigentlich? Guck mal, der sieht aus wie so ein Pädophiler. Was hast du da an der Hand? Das war ein Reh. Das war ein Elch, du Reh. Was hast du da an der Hand? Das ist doch hier so ein Wackelmann. Nein, das ist nicht. Guck mal, die nimmt jedes Mal einen Schluck. Pass auf, ich zeig dir das, wo ist das, die Nachtcam, wo ist die? Das ist die Nachtcam. Night Vision Cam. Jetzt pass auf. Ja. Wie kann man denn gucken? Ach, hier. Die sieht echt aus wie so ein Flachmann. Brüsch, Lulni. Wir spielen natürlich Bigfoot weiter. Ja. Und, ähm, obwohl es jetzt gar nicht richtig, ja, ja, also muss man auf zu saufen denken. Unmöglichen kannst du nirgendwo hin mitnehmen, ne? Obwohl wir natürlich Yeti jagen und nicht Bigfoot, Alter, ich muss die Lampen wieder anmachen. Feind in Yeti. Duke. Was denn? Ist doch Yeti oder nicht? Ja, aber wir nennen das Spiel einfach um. Wir nennen das Spiel einfach Yeti. Ja. Feind in Yeti. Also bis jetzt haben wir Nada die Ente gefunden. Oh Gott. Oh mein Gott. Bitte friss, Chris. Bitte. Ah. Es wird ja wieder Spaß. Bitte friss ihn. Also wir haben wirklich nicht, nicht gefunden bisher, ihr Lieben. Also. Was, was lachst du denn schon wieder? Das erscheint auch nicht vorhin. Geh, geh du vor jetzt. Ich schäme mich. Geh du vor. Komm, wir folgen bei dem Weg hier. Ja, hier komm. Jetzt schämt er sich ein bisschen. Ja. Also es ist wieder äußerst schwierig, hier wirklich Sachen zu finden. Du wackelst ganz schön mit deinem Hintern. Ja, ja, irgendwas muss sich ja wackeln. Oh Mann. Bubble, 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 Bud. Wir haben die erste Nacht überstanden, immerhin. Ja, er hat aber auch schon von uns beiden jeweils ein viertel Leben geklaut. Er hat uns beide jetzt zweimal jeweils so richtig weggepanscht. Trocken. Und das Ding ist, für alle, die es noch oder schon wieder vergessen haben, Chris hat die ganze Munition und ich habe alles ab. Hallo. Jetzt reicht's. Und das ist eigentlich schon unser Todesurteil. Warte, bleib stehen. Jetzt reicht's. Was machst du? Da. Nimm jetzt die scheiß Knarre in die Hand und schieß das nächste Mal auf ihn, wenn der kommt. Dann kommt man hier eigentlich wieder raus. Raus. Wo willst du denn raus? Geh mal ein Stückchen weg. Jetzt wollte er mir die Knarre geben. Hab ich doch. Nee, hast du nicht, weil kannst du nicht, weil ich äh... Weil du schon eine hast. Meine, ja genau. Von dem Deutsch her gut. Von dem Deutsch her gut. Meine Körpertemperatur ist 30 Grad. Ja, bei mir pokert's jetzt auch. Ein Campingfeuer machen, weil es ein bisschen kühl ist, glaube ich. Ja, aber lass mal bis noch runter zu dem Knick vom Weg gehen. Ja. Oder wir flitzen dann gleich mal kurz zum Haus zurück. Nein. Und wärmen und dachten. Nein. Nein. Wir machen uns ein Außenlager. Okay. Hauptsache, das finden wir auch wieder. Wird das auf der Karte angezeigt? Ja, deswegen sag ich ja. Ein Knick. Du hast auch einen Knick. In ne Optik. Ja, ich sage nicht wo. In ne Optik. Na ja, hallo. Auf der krummen Rutsche macht's auch mehr Spaß. Ja. Du bist doch bescheuert. Ich muss mal rennen, dann wird er wärmer. Hm. Geh ruhig mal vor, Chris. Geh mal vor. Oh, Schleppfahren. Das fehlt hier noch. Schia. Oh, guck mal hier. Was ist das hier? Was ist das? Das ist ein Ast. Nee. Oder? Aber das Problem ist, wie gesagt, ich erwähne es gerne nochmal, Chris hat die Knarre. Also können wir uns eigentlich gleich auch hier vom... Oh Gott, es wird kalt. Ja, wir sollten hier weg. Nee, wir sollten mal ein Feuer machen. Ja, hier. Los jetzt. Es wird kalt. Warte. Mach an. Mach ein Feuer. Du musst ja mal nicht das Zelt. Was? Was war denn das? Ich erfriere. Mach ein Feuer. Schnell. Auf Kuh. Ich erfriere. Kuh. Oh Gott. Ja. Mann, du bist so doof, ey. Kannst du mich wiederbeleben? Was ist hier passiert? Nicht von der Eischreie. Da steht Tod in 80. Aber was in 80? In 80 Tagen. In 80 Jahren. In 80 Sekunden. Du, die hilft mir. Was machst du denn? Ich komm aus meinen Alters nicht mehr raus. Warte kurz. Warte kurz. Warte. Ja. Oh Gott, du schreibst schon wieder so rum. Hä? Aber ich lebe noch. Ja, steh mal auf jetzt hier. Ich liege lang. Google doch mal bitte, wie du hier aufstehst, wenn du liegst. Kannst du mir nicht helfen? Nee, ich kann dir nur Items geben. Immer noch. Ähm, geh mal auf dein Inventar. Achso, warte mal. Sanitätskasten. Habe ich dir schon gegeben. Ah. Und? Also ich hab ihn genommen. Ich hab wieder Energie, aber... Ja, jetzt, jetzt bewegst du dich zumindest irgendwie. Also dein Bein wackelt. Und du wackelst auch in so... Ah! Chris ist ein Zombie! Du siehst wirklich grad aus, als würdest du auf... Ich bin in meinem Kopf drin. Das muss du... Das muss... Das muss auch... Das muss mit dir bei mir angucken. Ohne Scheiß, das geht so bescheuert. Ja, ich bin in meinem Kopf drin. Ich seh meine Augäpfel von hinten. Ähm... Du hängst, ey, mit den Beinen in der Erde und deine Arme sind so übelst labberig an der Seite. Oh Gott, ist das... Ich weiß auch nicht, was dir passiert. Was passiert denn da? Ah, ich stehe! Ich stehe! Juhu! Ich bin wieder da! Dann gib mir bitte meinen... meinen Sanitätskasten wieder. Den hab ich grad verbraucht. Ja, aber einen gibst du mir mal bitte wieder. Du hast nämlich noch zwei. Den hab ich grad verbraucht. Ich hab keinen mehr. Ne, war da auf E, sagst du? Ja, los. Ne, auf E komm ich da nicht raus. Hä? Doch kommst du, das dauert ein bisschen. Manchmal geht's nicht. Manchmal geht's. Das ist halt verpackt. Gib mir jetzt den... Gib mir jetzt den scheiß Sanitätskasten. Hab ich! Harte! Warte! Guter Junge! Was willst du, dass der Himmel brennt? Okay komm, wir hauen hier mal ab. Wir müssen uns noch wärmen. Machen wir doch. Ich bin warm. Ich bin in 36 Grad. 36 Grad und es wird noch heißer. Es wird immer heißer. Mach den Bild nicht mehr. Nein, 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 nein. Komm! Ah! Er ist vor uns! Siehst du ihn? Ich höre ihn aber vor uns. Wie laut, ja, aber... Ich seh' aber nicht, wie kann man denn so ein großes Ziel nicht sehen? Ja, immer das... Oh! Ah! Er steht auf einmal vor mir! Alter! Alter, der hat sich übens geworfen! Ja, macht er auch per Paintball-mäßig, äh, Punching-Ball-mäßig. Hätte ich übens geworfen und der ist voll unsichtbar aus dem, aus dem Busch rausgesprungen! Die ist so... Der war voll unsichtbar! Ohne Scheiß! Oh Gott! Wo gehen wir jetzt lang? Komm! Schnell! Der ist hinter uns! Siehst du dieses Pink auf der Karte? Ne, das ist unser Feuer. Das ist unser Feuer. Ich würde den Weg wieder weiter gehen, oder? Ja, okay. Guter, guter Punkt. Alter Falter! Also du musst dir unbedingt meine Folge angucken, weil der hat dich übel durch die Luft geschmissen, wie so eine Gummipuppe oder so. Das, äh, sieht man ja. Man sieht das auch, wenn man geschmissen wird. Boah, wie er dich aus dem Gebüsch einfach gegriffen hat. Also der wird richtig schwer anzuzielen, das sag' ich dir gleich. Weil den siehst du gar nicht. Den siehst du gar nicht. Komm, siehst du den! Aber ich versteh' das nicht so richtig. Wie sollst du den erschießen, wenn der sofort vor dir steht? Ja, das ist dann das Aim, was du halt nicht hast. Warte mal! Hier lang! Hä? Der Weg geht ins Nichts. Der Weg geht ins Nichts. Was ist das? Ne, der! Der ist falsch. Ne, aber der geht ja, der geht ins Karten Nichts. Vielleicht ist da was. Ach so. Vielleicht finden wir da was. Maybe! 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 Call me maybe! Matthias meinen am Paws will call me crazy. Ich glaub, hier ist aber nichts. Oh, oh, der schreit schon wieder links. Oh Gott, ich bin... Ich hau' mal ab hier. Hier ist nix. Doch, hier ist doch was! Ne! Was denn? Wo denn? Shelter 1! Hä? Kommt sie her, können sie raus? Oh, warte mal! Warte mal! Warte mal! Sanitätskästen! Guck mal, wie sie alles nimmt! Alles komplett! Ja, das ist auch... Zurecht! Zurecht! Den Hocker kannst du mitnehmen! Was soll ich denn mit... Oh, jetzt hab ich... Oh, jetzt hab ich 20 Schuss, Mann! Siehste? Jetzt nimmt sie alles! Jetzt wird sie gierig! Alter, jetzt... Jetzt geht's los! Ne, wir mussten doch jetzt mal... Also... Chris, das wird ja sowieso nix, ne? Verstehst du denn? Wie ich das meine? Ich verkriech mich hier oben! Du machst das schon! Wo bist du denn? Ach ja! Komm jetzt! Jawohl! Wohin? Wo bist du denn hin? Wir gehen jetzt erstmal, glaub ich, zur Hütte am besten zurück, weil ich glaube, am ehesten kriegen wir ihn vielleicht noch anvisiert, wenn wir von der Hütte... wenn er uns in der Hütte versucht anzugreifen. Na, kommen sie, kommen sie! Ach, falsche Richtung, glaub ich! Stipp! Orientierung ist deine Stärke! Alter! Dafür kann ich andere Sachen! Was denn? Putzen! Ich kann, äh... Ich kann, äh... Und kochen! Ich kann, ich kann, äh... Mit der Zunge meine Nase berühren! Das kann ich auch! Mhm! Kannst du gar nicht! Doch, kann ich wirklich! Kannst du gar nicht! Doch, kann ich! Lass mal zum Haus zurückgehen, äh, und da nochmal ne Falle aufdingsen! Und wir müssten dann auch nochmal irgendwo ne Kamera machen! Später! Wenn wir uns... ...orientiert haben! Aber ich sehe... Wir haben bis jetzt noch kein Reh gesehen! Ne! Wir haben aber bis jetzt noch keinen Toten gefunden! Ich würde gerne mal einen Toten finden! Ich weiß ja nicht, ob es eigentlich... Was steht denn eigentlich auf dem Tablet? Das sind nur Tipps, wa? Es wird nämlich jetzt wieder dunkel! Das heißt, es wird bestimmt auch wieder kalt! Doch! Da steht aber... Kill... äh... Kill... Animals to get more meat! Ja! Naja... Oh ja ja! Um ihn dann anzulocken! Ja, aber wir haben ja noch gar keine Animals gesehen! Ja! Jah, die kommen aber wahrscheinlich! Nein! Alta! Ha ha ha! Nööööööööö! Außer dich! Blöde Kuh! Plus komm mal her! Ja, ne... Plus... Darfest du das sonst überhaupt schon benutzen! Wie dueste? Du fährst auch Schnittschuh hier übers Eis. Das ist normal. Allein deswegen muss man dich hier so leben lassen. Alter, es wird schon wieder schäckrig, ne? Schäckrig? Schäckrig oder fickrig? Alter, du bist so ein Perkel, ne? Es war gefühlt fünf Minuten hell. Nee. Ja, doch. Ja, aber die sind ja schöne Polarlichter. Ja, deswegen muss ich auch schon Polarlicht. Da weißt du nichts mehr zu sagen. Ey, was ist denn eigentlich hier? Warum ist denn der Ofen aus, hä? Du als Hausfrau? Wieso hab ich eigentlich schon wieder... Wer hat denn die Lichter ausgemacht? Seh doch, Janus. Ich hab vorher gemacht. Das war Bigfoot, der liegt jetzt im Bett. Nee, aber ich denke, wenn wir... Wenn wir wirklich hier irgendwie... Also ich denke, wir sollten... Stell mir doch mal eine Kamera hier draußen am Haus auf. Chris. Vielleicht hat er ja... Deswegen ist hier Blut. Der hat einen... Der saß da und der hat den aus durch die Scheibe durch. Und dann... Attacke, Gibi. Oh, du bist ja ein richtiger Sherlock, ey. Ist dir das jetzt erst aufgefallen? Lass mich doch mal raum. Alter, nein. Ich guck grad Kamera. Ich guck grad Kamera. Was ist denn für Kamera? Dann fliege ich halt mit der Drohne rum. Wie jetzt Verbindungsfehler? Achso, die hab ich ja eingesteckt. Wieso? Du bist doof. Du bist doof. Aber man hat diesmal auch gar keine Tracking-Dinger. Weißt du noch? Man konnte den doch immer markieren. Stimmt, du konntest den markieren. Das haben wir auch nicht. Oder vielleicht finden wir ja noch sowas. Kann ja auch sein. Dass man noch sowas findet. So, ich geh in Sicherheit. Wieso? Achso. Ja, dann sollten wir aber auch das Brett ranmachen. Du guckst und ich bewache die Fenster. Das eine Fenster ist kaputt. Nicht, dass der da auch noch reingesprungen kommt. Ich glaub, der kommt nicht. Ne, doch, der kommt schon. Der kommt schon. Geh doch mal rausgucken, Luni. Geh doch mal. Oh, warte mal. Hier kam ein... Oh, guck mal am Bett. Guck mal, was ich... Ach, das siehst du jetzt gar nicht mehr. Was? Guck mal, was ich schönes am Bett angemacht hab. Oh, so dramatisch. Ich hab eine Lichterkette geschlossen. Oh, ist das schön, ey. Ich hab noch eine Lichterkette gefunden. Das ist mein Haus, ey. Wir müssen mal noch Kameras aufstellen. Das hab ich dir grad gesagt. Vor allem hier. Könnt ihr mir jetzt voll ins Bein schießen, ey. Hier, wenn Luni kacken geht, dann... Oh, man hört ihn. Ich höre nix. Gott, ich mach die Tür zu. Du bleibst mal draußen und lenkst ihn ab, ne? Ich hab mal noch eine Kamera hingestellt, Richtung See. Sehr gut. Nein, der kommt angeschwommen. Oh, ist das schön mit der Lichterkette. Ich will mich gleich, ich geh zu Hause. Murmelt sie sich gleich ein. Oh ja, ich geh erstmal kurz ins Bett. Du, äh, kümmerst dich, ne? Wer lockt ihn an mit meinem Fleisch. Ja, ja. Mit meinem Schnitzel. Ich guck mal wieder das Fleisch in die Hand, bitte. Warte mal, ich guck nochmal über die Kamera. Das kann ich echt machen, das Fleisch. Das können wir hier mal hinlegen. Ach so, über deine Kamera kann ich nicht gucken, weil ich da keine Kontrolle drüber hab, oder was? Doch, müsstest du eigentlich. Kann nur... ...über meine Kamera gucken. Geh du mal unter, äh, Kamerakontrolle und, äh, versuch das mal. Das geht nicht. Warum geht das denn nicht? Ich kann hier das mit dem... ...mit dem Fleisch. Mit dem Fleisch? Das geht nicht. Ach, direkt vor dem Fenster. Das ist aber gar nicht so schlecht. Wenn er dann nämlich hier angerannt kommt, schieße ich ihm eine rein. Das war der Plan, Holmes. Was hab ich denn hier noch alles? Ich hab zwei Fangeisen. Signalflare. Die Frage ist ja, ob der überhaupt hierher kommt. Ja, mit Sicherheit. Ja, warum soll er sich denn nicht hierher trauen? Denkst du, er hat Angst vor dir? Warte, ich kann mich nicht bewegen. Kann mich nicht bewegen. Hier erzählt's wieder. Man hört den halt auch irgendwie grad nicht. Na, flieg doch mal mit der Drohne rum und guck mal, ob man sieht. I do it, I do it. Ich hab da noch Kameras aufgestellt. Du kannst nicht auf die zugreifen, oder was? Nein. Ich konnte grad nicht auf die... Also, gerade konnte ich zumindest... Ich höre ihn. Was? Ich höre ihn. Ich höre ihn ganz laut. Ganz laut, ich hab ihn gehört. Oh, ich komm schon rein. Ich glaub, er kommt. Ich glaub, er kommt. Da ist er, ich seh ihn. Wo denn? Er kommt jetzt zu dir. Er kommt jetzt zu dir. Ich bin drin. Ich bin neben dir. Ja, er kommt jetzt zum Haus. Er ist jetzt am Haus. Oh Gott. Ja, muss ich hin. Oh Gott. Oh Gott, es wacht. Ah! Oh mein Gott! Äh, da ist er vor der Tür. Er ist vor der Tür. Oh. Oh, die Drohne stürzt ab. Oh Gott, da steht er. Schieß ihn ab. Ich habe einmal geschossen, aber ich hab ihn nicht getroffen. Oder? Oh, das ist ja wildflecht, der Roffel. Oh, ich kann nicht so nah an ihn ran. Ich hab auf seine Hand geschossen, aber auch, sie nimmt ihm nichts weg. Ich kann nicht so nah... Ah, ich seh nichts. Man darf nicht so nah... Hey, ich hab... Ich hab dreimal auf ihn geschossen und es hat doch geblutet, aber so richtig viel weggenommen hat es ihm nicht. Chris. Ja? Aber ich glaub, ein bisschen was hat es ihm weggenommen. Er ist hier auf jeden Fall noch. Ja, ja, der stand hier gerade vorm Fenster. Hey, der ist weggerannt, aber ich kann... Da hat sie, äh, da hat die Erde gebäbt. Krass. Man kann auf jeden Fall nicht mit der Kamera an ihn ran. Nee, nee, ich hab gesehen, die ist grad so komisch oben umgezuckt. Nee, er stand hier vorm Fenster. Wunderschön. Toll. In seiner ganzen Falle. Aber ist nicht in die Kackfalle gelaufen, weißt du? Ich möcht... Lass mal die Drohne liegen. Ich geh jetzt auch mal gucken und du passt auch. Warte, dann packe ich die wieder weg. Falls er wiederkommt. Hüah. Da gucke ich jetzt mal. Ob wir was sehen oder nicht? Wo ist denn hier mein Fleisch? Ich hab gar kein Fleisch mehr. Mein letztes Fleisch. Ja, wir hatten, glaub ich, jeder nur zwei. Der ist auf jeden Fall hier in die Richtung gegangen. Aber die Frage ist, wie schnell kommt der jetzt wieder, weißt du? Ja, das ist, äh... Aber ich... Es stand ja in den Tipps, dass Fleisch ein anlockt. Und der ist ja noch nicht am Fleisch gewesen, also... Na, der hatte mehr Bock auf dein Fleisch. Hm. Kann ich mir schon vorstellen. Alter, dann über die Erde gebebt gerade. Na, wenn nicht das hier so sehe, Luni, also... Ne. Was denn? Alter, das Blut da... Sollt aufpassen und nicht rumspinnen. Ich hab gar nichts gemacht. So, ich hab wieder voll in der Mitte. Chris, kannst du nicht mal zwei Minuten alleine lassen, ne? Haben wir denn hier noch eigentlich? Ne Flairgang? Also, ich kann echt sagen, ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht. So, Kamerakontrolls. Ist ganz schön windig. Ach, übrigens, du kannst die mit 1, 2, 3 so die Kameras umschwinken, schwenken. Ach, war doch mit 1, 2, 3? Dann, äh, auf die anderen zugreifen, oder was? Ja, aber irgendwie... Ne, auf deine kann ich aber auch nicht zugreifen. Ja, bei mir steht auch nur unter Kontrolle Luna Loxie. Ist irgendwie doof. Vielleicht muss man jeder selber mal drauf zugreifen. Oh, die Nordlichter, wie schön. Moment. Das finden wir raus. Also, es gibt echt, äh, viel, viele Bäume. Fang doch mal an zu zählen. Wirklich viele Bäume. Toll. Mal gucken, ob wir diesmal auch wieder, ähm, deine Höhle finden. Vorhin habe ich jetzt seine Kamera aufgehoben. Warum hast du das gemacht? Stell sie mal wieder dahin. Jabi, Jabi. Aber dann, das heißt, du dürftest ja jetzt auf gar keine zugreifen können. Das ist ja doof. Beim letzten Mal konnte man noch alle, dann, äh, warte. Oh, hier krisselt's, hier krisselt's. Dann ist er da, wenn's da krisselt. Ja, hier, hier hat's gekrisselt. Hier, wo ich gerade geflogen bin. Gekrisselt. Ja, hier muss er irgendwo sein, hier krisselt's. Aber weit weg von uns? Ja, ziemlich. Achso, ich sehe es ja auf der Karte. Ja, also, da ist er. Da hat's gekrisselt. Ah, ich kann auch gucken. Ich kann mit Drohne gucken. Echt? Hast du jetzt auch mit Drohne? Ich seh jetzt, wie doof du fliegst. Daaaah. Oh boy. Ja, aber man sieht halt echt, äh... Viel. Auch kein Tier. Kein Tier. Also, so, kein Reh und nix. Vielleicht musst du mehrere Tage überleben, bis es erstmal irgendwas gibt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Guck mal, wie das so wie Rampen sind aus dem Wasser raus. Ja. Ja. Ja, ja, wie für so'n Auto, ne? Wie kommst du jetzt auf'm Auto? Ja, der zieht halt so aus, man. He. Hochlando. Ne, gar nicht. Oh, jetzt fliegt's wieder vorwärts. Ey, doch nicht in die Falle. Alles gut. Alles gut. Hat doch geklappt. Äh. Oh, vor Licht. Guck mal, vor Licht gemacht. Okay. Äh. 0 Uhr 21 ist es. Ja, 0 Uhr 24. Wo siehst du das denn? Ja, wenn du's Tablet anmachst. Scheißelein. 15. Dezember 2018, 0 Uhr 29. 0 Uhr 30. Hä, bei mir steht ne 4, 4 Uhr 10. Jetzt kann ich auf die Kaffee in die Campo greifen. Also du hast eine zweite hast du aufgestellt, ne? Chris, Chris. Guck mal durch die Kamera. Warte, warte durch die 2. Oh, ja. Ich hab drei Stück stehen jetzt. Drei? 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 Hey, wieso denn nur noch zwei? Ja, die hat er ja gar nicht hingestellt. Du bist auch ein bisschen... Du verwirrt. Also manchmal frag ich mich, ne? Jetzt. Was, ich frag mich, was ist denn das immer eigentlich für ein Piepen? Na, das war grad in die Kamera. Achso. Aber die kaputte Falle ist grad abgehauen. Äh, es ist, die spawnt. Die kaputte Falle ist abgehauen. Okay. Ja, die spawnt, meine ich. Achso. Oh, aber ich glaube, Chris, das war's jetzt erst mal für die Folge. Was, 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 war, 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 war's? Ja, war's? Ja, 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 ich glaub, ich glaub, das war's jetzt erst mal für die Folge. Bin schon wieder am Naschen. Gott, diese Katze nirgendwo hin. Vor allem wie unauffällig, ehrlich hier. Das ist so richtig gut verdeckt. Auf jeden Fall. Ja. Ja, ihr Lieben, wenn ihr wissen wollt, wie's weitergeht. Guck mal, hier kann man auch Licht anmachen. Ha! Ich finde überall Green Lantern, ey. Sie ist aber nicht grün. Ja, macht ja nix. Ja, aber man kann überall das Licht anmachen. Oh Gott, Luna, find's. Ja, also wenn ihr wissen wollt, wie's weitergeht und ob Luna noch ein paar mehr Funktionen findet. Guck mal, ich kann im Kackhaus das Licht anmachen. Guck mal. Du kannst dich beim Kacken sehen. Hör auf, mich anzuvisieren. Guck mal hier, Mann. Ist das schön, oder was? Ja, aber die Tür nicht zumachen. Ich wollte durchs Kerz gucken. Das geht halt nicht. Guck mal, Uli. Nee, ich will nicht gucken. Lieber nicht. Da ist sie. Also wenn ihr wissen wollt, ob ich noch mehr Laternen finde und ob Chris endlich abnippelt, dann schalte ich das nächste Mal wieder rein. Äh, äh. So. Ich muss kurz mal schwer atmen. Dann, ihr Lieben, auf Tschüss. Tschüss. Bis wiedersehen. Bis dann.